Was geht ab hier rein, Sojo? Willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer. Weiter geht's mit der nächsten Waffe einfach mal. Und zwar die MSMC mit einem Lasermarkierer, Schalldämpfer. Die hatten wir, glaube ich, schon mal vor zwei Parts oder so. Oder vor drei Parts sogar. Keine Ahnung. Egal. Nehmen wir trotzdem einfach mal. Hauen wir uns trotzdem mal die geile Wumme rein. Und zwar auf Modus... Herrschaft, komm. Herrschaft, Herrschaft, das ist immer gut. Herrschaft, Bock, doch. Hoffe mal, dass wir da was schnell finden. Und ich habe nebenbei, by the way, endlich mal meine Maus ein bisschen runtergeschraubt. Also auf 4.0. Vorher hatte ich die Maus halt auf 5.0. Also ein bisschen da runtergeschraubt. Ich hoffe mal, dass es jetzt ein bisschen besser ist. Dass ich nicht irgendwie, wenn ich mich nach links drehe, irgendwie gleich ein 360 mache, weil die Maus einfach so hart eingestellt ist. Ist auch geil. Irgendwie schon circa 8 Parts oder so. Oder 10 Parts aufgenommen irgendwie. Von Black Ops 2 an sich. Und dann könnte ich doch einfach mal die Maus ändern, weißt du. Ich mache ja meistens immer so gerne ein 360 irgendwie aus Versehen natürlich. Und dann könnte ich doch mal die Maus ändern eigentlich, weißt du. Auch geil. Und ich sehe schon, ich glaube, das wird, glaube ich, irgendwie nichts, oder? Zwei Spieler bis jetzt gefunden. So, wenn der Spieler 0 Treffer ist, ist das geil. Ich bräuchte noch 3 und dann kannst du... Oh, guck mal hier. Was haben wir denn hier? Was für eine Map? Mirage. Mirage, was war denn das? Achso, das war diese Wüsten-Map, ah, okay. Die habe ich auch früher recht gern gespielt, muss man sagen. Also, die sollen sprechst du in Ordnung. So. Ah, ich weiß noch, wie ich als Sniper irgendwo mich die ganze Zeit... ...hin... ...versteckt habe. Von da vorne habe ich mich da irgendwie versteckt die ganze Zeit als Sniper. Die ganze Zeit da... ...da war ich die ganze Zeit als Sniper. Das war auch immer nett. Oh, das war ein Head. Das war ein Head. Oh, ich dachte schon, ich bin jetzt erstaunt. Aber ich wollte einfach die Flagge einnehmen. Komm, wo war das? Oh, Blitzschlag, guck mal hier. Sehr nice. Ja. Einen kill. Sagt keiner. Blöd. War der gerade nebenbei? Keiner, du? Da machst du halt nichts, wenn er da so eine hohe Deckung hat, wieder wo man so... Ich hasse so eine Deckung, ey, wo man nur den Head sieht von den Gegnern. Ich hasse es einfach. Da triffst du meistens fast gar nichts. Außer du hast ein gottesgleiches Aim irgendwie. Da machst du da meistens was. Aber so... Was soll ich zur Maus sagen, ja. Er ist auf jeden Fall, glaube ich, besser. Er ist, glaube ich, auf jeden Fall ein bisschen besser als vorher. Unsere oder Gegner? Ich hoffe mal von uns. Ja, müsste von uns sein. Wir haben sogar so einen Schwarm hier, guck mal. So einen Drohnen-Scheiß-Schwarm da. Ah, Mann, Mann, Mann. Juhu! Wäre nice, wenn ich downgegangen wäre. Wäre lustig gewesen. Ey, ich laufe mal wieder in so einer Scheiß-Mine, eyste? In den Eingang natürlich, in den ich laufen muss, da ist die Mine. Weißt du? Das ist wieder mal der Hammer schlechthin. Das ist echt wieder der Hammer schlechthin. Ich habe echt immer wieder so ein richtig geiles Pesche. Irgendwie, keine Ahnung. Wir verlieren A. Mann, Mann, Mann. Da hätte ich wahrscheinlich irgendwie gekillt. Irgendwie war ich da überhaupt wieder mal nicht drauf. Ey, Mann, Mann, Mann. Und mir gefällt es mir so gar nicht, dass mein Team wieder mal so hart OP ist, ey. Der ist da oben. Ja, toll. Das sind ja alle da oben. Alter, ich komme da nicht nach oben. Ach, Mann, ey, wie ist der... Boah, ich stelle mich auch kacke an, Alter. Irgendwie haben die Gingang, glaube ich, auch nicht so wirklich viel mega drauf. Aber irgendwie bin ich auch gerade hart low. Wir verlieren A. Wir haben auch... Ey, die... Die aimen einfach auch die ganze Zeit irgendwas ab, wisst ihr? Die bleiben da einfach bei irgendeinem... Irgendwo in einem bleiben... Die warten halt einfach die ganze Zeit. Ich habe mir da zwei Kills gemacht. Ja, wohl. Geht doch. 7,5. Ja, lecks mir um den Arsch. Geilste KD ever. Ja, Mann. Gab es auf jeden Fall viel, viel geilere Runden. Das ist klar. Ich sollte auch mal mehr mit Deckung arbeiten und nicht die ganze Zeit wie so eine Rambo-Meister irgendwie, als ob ich Gottmode anhabe die ganze Zeit. Irgendwo hinrushen irgendwie. Keine Ahnung. Das wäre, glaube ich, auch mal recht nice, wenn ich das mal unterlassen werde. Rahm tun. Was ist denn das für ein Kackfohlen? Ja, wer bist du denn? Wer bist du? 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 Ja, Ex-Normarsch. Wer bist du? Wer bist du? Wer, wer? Wer bist du? Wer bist du? Ah, Ex-Normarsch, ja. Die Zeit ist fast um. So ein Vogel, Alter, mit seiner scheiß Skin-Tarnung. Er hat alles nach oben. Oh, es gibt so ein bisschen. Feindliche Drohne nähert sich. Er ist erledigt. Wechsle das Magazin. Oh, schade. Habe ich den letzten Deal noch gemacht oder wie? 10,5, ja, immerhin. Immerhin noch leicht recht gut KD. Ja, Mann. Das war doch eigentlich recht... Also, ganz ehrlich, jeder Schuss, den ich da raufgehauen habe, der ging rein. Das war... Jeder Schuss war ein Treffer. War doch eigentlich recht nice. 10,5 ist nicht die geilste KD auf jeden Fall. Aber irgendwie habe ich total scheiße gespielt auf jeden Fall. Das kann es echt keiner antun. Aber immerhin habe ich den Blitzschlag erreicht. Naja, Blitzschlag habe ich erreicht. Immerhin das. Naja, was hatten wir gerade? Herrschaft, ne? Machen wir nochmal Herrschaft. Wieder auf Mirage, ist das geil. Habe ich ein kleines DISAVU. Ich weiß ja nicht warum. Gegen den Alde 5, keine Ahnung. Okay. Nochmal Mirage, auch gut. Soll mir recht sein. Herrschaft. Naja. Danke FPS, dass du auch mal hier aufsässig gehst. Ich werde, glaube ich, gleich einfach mal C einnehmen. Ja, C ist eine gute Option. A wird dann gleich, glaube ich, von den Gegnern eingenommen. Ist 3. Ist hier gegen 3. Ist das geil. Na, kommt dir gleich einer entlang? Hey du. Das ist natürlich die geilste Taktik. Einfach dich vor mir stellen. Ey, da kann der Gegner einfach mal durchpratzen. Wir haben die Kontrolle übernommen. Es geht eh klar. Es ist... Warum wundere ich mich eigentlich noch? Warum wundere ich mich noch? Ich werde doch eh immer wieder von irgendetwas Sprengstoffmäßiges... Kält oder einer von so einem Heini, der sich ja irgendwo hinlegt, weißt du? Hey, weißt du? Alter, der liegt einfach irgendwo in die ganze Zeit. Was ist denn das bitte für eine Nutzer? Soll sich mal ein bisschen bewegen, Alter. Da ist er. Nicht, ich auch. Hast gehört, du Pisser, ey. Das heißt, fuck you in your asshole, ne? Mann, oh Mann, oh Mann. Er legt sich da die ganze Zeit irgendwo hin und frisst da seinen Sand, ey, weißt du? Kann's ja wohl nicht wahr sein. Wie der dieser Noob, Alter? Der heißt so im Klantek Noob. Immer von den gleichen Typen, Alter. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Was geht hier bloß ab? Ja. Geil. Der liegt da hundertprozentig schon wieder irgendwann. Nicht, ich habe mich auch mehr, ne, mehr, hä? Alter, Nottalo. Boah, Alter. Ist auch geil. Ich dachte wirklich, das wäre ein Gegner, ey. Ja klar, der Gegner legt sich genau vor uns, genau. Na sicher. Genau das macht er erstmal. Eigentlich war es logisch, dass es kein Gegner ist, aber ich ballere trotzdem drauf. Vielleicht ist es ja doch ein Gegner, wer weiß. Vielleicht will er ein bisschen trollen. Oh Mann. Alter, der gerade in den Vorräten schwamm oder so. What the fuck, ey. Was für ein Lackerm unterwegs. Relativ auf jeden Fall. Ja, ich hätte nur... Ist das geil. Ja. Ein bisschen anhäten. Ist das herftig? Oh, was? Das war mein Kill. Ja, ja. Ich hatte es rum und auch. Und so weiter und so fort. Das war aber mein Kill, ganz ehrlich. Ich hätte den Blutschlag dann erreicht, glaube ich, ne? Bravo wird gesichert. Also, ich weiß der. AGR unterwegs. Wir verlieren Arm. So, irgendwie. Und wo kommen die denn jetzt eigentlich? Ich brauch ne Drohne. Ich brauch ne Drohne. Wir haben A verloren. Wir sind jetzt bei A. Okay. Wir verlieren B. Alpha wird gesichert. Wartet da einer? A wird gesichert. Von links kommt bestimmt keiner. Warum nehmen wir einen? Alle Flaggen gesichert. Nur Blitzschlag. Geht doch. Keine Ahnung. Wo hin? Einfach mal. Einen Kill hab ich auf Nutzung gemacht. Aber dann machst du auch nix, wenn da nur drei Gegner irgendwie am Start sind. Dann machst du halt nicht mehr. Ach, das ist wieder ne geile Runde, ey. Jaja, du mich auch. Genau so seh ich das auch. Alter, ich hab nur noch 15 Kugeln hier. Erstmal Waffe wechseln hier. Zu Ska-H. Ska-H. Die Ska-H ist ne schöne Waffe, glaub ich. Hoffentlich jedenfalls. Dass ich was schönes kann hier. Die Ska-H. Die Ska-H. Ich werd wahrscheinlich eh gleich daumen gehen. Alter, nee. Ich brauch ne andere Waffe. Ich will ne andere Waffe. Irgendwie. Keine Ahnung. Ich mag die nicht. Warte mal, ich hab hier gleich schon Tarni. Die Missionszeit ist fast um. Schneller. Der Feind hat Bravo. 5-4. Irgendwie ist ein Tarni. Auch geil. Nur durch Flangen einnehmen die ganze Zeit. Pff. Ist das lächerlich. Wir haben Helikopter in Bereitschaft. Der Tarn-Helikopter unterwegs. Das ist schon hart lächerlich. Irgendwie. Wir verlieren Charlie. Wir verlieren Charlie. Wir verlieren Charlie. Na? Kommst du rein? Wir verlieren Charlie. Juhu. Mein Tarni hat den letzten Kiel gemacht. Was für ne geile Runde. War die Runde. War die Spannende. Leckt mich am Arsch. Macht das viel Spaß. Da schläft man ein. Von dieser Action. Halbzeit. 13.3 hat der eine Kollege, Alter. Braucht nicht mal lang zum Notstar zu kommen. Wo wird die erste Flagge wieder gesichert? Das Ziel sichern. Charlie, ne? Oder Bra... Ah. Ah wird gesichert. Ah wird gesichert. Ah wird gesichert. Na? Reicht es um... Nein, Notstar bekomme ich da noch nicht. Ich bräuchte höchstens noch einen Kill und eine Flagge. Wahnsinn. Der hat mich so locker gefickt, Alter. Irgendwie bin ich überhaupt nicht mehr drauf. Ich weiß nicht. Irgendwie verkacke ich das total. Charlie ist abgesichert. Loadstar habe ich erreicht, Bro. Aber irgendwie... Er hat die ganze Zeit nur versucht, die Flagge anzunehmen. Der Feind hat Bravo eingenommen. Dadurch habe ich jetzt einen Loadstar. Ich bin nicht so geil. Loadstar unterwegs. Zauberflug. 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 Ja, ich bin nicht so über krass krass mit den Lotser, aber egal. Ich weiß nicht, aber irgendwie... Scheiß runter. Ja, ich hab einen Lotser erreicht. Wow, toll. Aber nur dadurch, dass ich die ganze Zeit die Flange einnehme, das ist irgendwie fucking kacken Scheiße. Total unverdient, einfach nur. Wenn ich down gehe, meistens immer von diesem Scheiß springt ich auf kacken. Ganz ehrlich, immer wieder. Ich renne immer wieder in diese Scheiße rein. Bye. Oh, ey. Warum muss denn da wieder noch einer sein? Der feindliche Drohne nähert sich. Warum zoome ich auch? Warum zoome ich? Ganz ehrlich, ich hätte einfach nur draufballern müssen. Das wäre schön gewesen. Immer von den gleichen Typen, Alter. Der geht mir hart auf die Nüsse irgendwie. Und da war wieder so eine Scheiß springst du auf kacke, ey. Schon wieder. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Geh down. Und so weiter und so fort. Genau so schaut's aus. Alter, irgendwie. Ganz ehrlich, die MP7 ist so geil präzise, aber diese MCMC und die anderen Waffen irgendwie, keine Ahnung. Die haben so ein ganz leichtes, komisches Spielcoil, ey. Nee, nicht so mega geil. Wird Drabo gesichert? Na. Das ist aber ein Sniper. Ach, ja komm, ey. Da ist er sogar schon geil, ey. Mann, schade. Geh down. Immer weiter kämpfen, wir liegen vorn. MC wird gesichert. Achtung, feindliche Konterdrohne ist aktiv. Ach, das war vom Kollegen, ja. Der Springstoff. Dead aim. Er war irgendwann hingezuckt, ey. Charlie wird gesichert. Dead skiller. We verlieren Bravo. Dead skill aim. Wir haben B verloren. Oh, eingenommen die Flagge, yay. Ich bin der Geilste. Wunderbar. Wird A gleich eingenommen? Sag mal, bist du der Kollege von Noob irgendwie? Der halt in Klantek Noob stehen hat irgendwie. Der legt sich auch immer irgendwann hin, ey. Oh, Mann, ey. Ja, das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Wir sind jetzt gerade bei 17 Minuten. Ah, schönes AIM. Schön, die er halt drauf. War doch nice. Hat die Waffe überhaupt verzogen, ey? Das war doch die SKH, die verziert doch so leicht. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall werde ich ab hier erst mal diesen Part beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Call of Duty Backup 2 Multiplayer. Haut rein, ihr Ficker.